Über Generationen gibt es Leute, die sind Rap-technisch. Am Start haben viele Reime im Gedächtnis. Sitzen in ihrem Kämmerlein, ohne es zu repräsentieren. Geh zur Clash of Generations, denn dort kannst du nicht verlieren. Open Mic, also melde dich an. Bring deinen Track mit und dann stehen alle stramm. Feiern dich für deinen Song. Egal, ob du es schon 50 Jahre machst oder gerade erst begonnen hast. Sei am Start, am Samstag. Untertitelung des ZDF, 2020